Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen, aber für mich ist jetzt die Frage eigentlich, was ist denn jetzt? Weil ich glaube, für die Menschen, die hier auf diesen Konferenzen sind, ist das an den Startbringen von so einem Service oftmals keine große Herausforderung, sondern das ist eigentlich so ein Ding, was man halt so macht als Hobby. Aber ich fände es cool, wenn wir diese Sachen so betreiben könnten, dass sie vielleicht überdauern, dass sie vielleicht nicht plötzlich wegen Überforderung auf einmal eingestellt werden oder dass sie plötzlich morgen nicht mehr laufen oder ähnliches. Und ich würde euch mal einen Vorschlag anbieten, was man vielleicht machen könnte. Ich bin der Claudius, hallo, ich gründe Vereine öfter mal. Ich bin beim Darmstadt Social e.V. Gründungsmitglied gewesen, da habe ich auch einen großen Teil der Satzung beigetragen. Der Verein selbst geht auf den Watson zurück, der hier den guten Kaffee macht. Der ist leider nicht mit dabei, das tut mir leid, der hat sich leider entschuldigt. Der hat schon zu viele Vorträge, der durfte nicht mehr. Genau, ich habe auch den Headstock e.V. mitgegründet, die diese tollen Textpads machen. Ihr kennt sie sicherlich auch aus diversen Vereinen, in denen ihr drin seid. Und bin irgendwie vor Jahren in das Vereinsleben reingefallen. Schon als Jugendlicher irgendwie war ich in einem Verein, die Jugendliche im Vorstand mitarbeiten haben lassen. Und zwar verantwortungsvoll, also wirklich so, dass man nicht einfach nur Arbeit erledigen soll, sondern dass man wirklich mitwirken darf. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Und bin dann oft Kassenwart gewesen. Kassenwart ist oft eine Rolle, die nicht so beliebt ist, weil Menschen so denken, ja, mit dem Geld, dann bin ich da verantwortlich, das ist nicht so cool. In Wirklichkeit ist das eine, finde ich, relativ gute Aufgabe, die wir gut erledigen können. Oft viele von uns sind ja gut mit Zahlen auch, die halt wichtig auch ist. Und wenn man da mitarbeitet, kann man ein gutes Werk tun und das ist nicht so wahnsinnig viel Arbeit. Mache ich also ganz gerne, kann ich euch auch empfehlen, das zu tun. Man wächst da ganz gut rein. Ich würde nicht mit einem Riesenverein anfangen damit, aber man kann da super reinwachsen. Ja, reden wir mal darüber, was ein Verein eigentlich ist. Viele von euch sind in Vereinen drin, das heißt, in einem Verein weiß ich ja. Und wir gehen einfach mal so ein bisschen über diese Definition. Ihr seid ein Zusammenschluss mehrerer Menschen und der ist irgendwie auf Dauer ausgelegt. Also ihr macht jetzt nicht so ein Projekt und das ist dann nächste Woche fertig oder irgendwas, sondern das ist wirklich, ja, es überdauert im Normalfall als Verein euer Engagement in dem Verein. Dafür ist das ausgelegt. Das Ganze regelt man in der Regel durch eine Satzung und was in der Satzung nicht drinsteht, das defaultet sozusagen zum bürgerlichen Gesetzbuch, zum BGB. Das kommt ja an manchen Stellen auch so ein bisschen drin vor. An manchen Stellen werde ich dann sagen, ja, das ist ein BGB oder das ist so die eine große Stelle. Die andere große Stelle, die heute noch ein paar Mal vorkommt, ist die Abgabenordnung, die AO. Ja, ihr wollt in der Regel eingetragen sein. Da gehe ich ins Detail gleich noch ein bisschen. Und vielleicht wollt ihr einen Verein gründen, der gemeinnützig ist. Vielleicht wollt ihr das auch nicht. Auch dazu gebe ich euch ein, zwei Hinweise an die Hand. Aber das ist was, was durchaus diskutabel ist. Also wo ihr tatsächlich möglicherweise, ja, das kann eine Diskussion sein, ob das für euch passt oder nicht. Ja, Zusammenschluss mehrerer Personen. Ihr braucht zum Gründen, es gibt diesen Treppenwitz, wenn immer sieben Deutsche zusammenstehen, gründen sie einen Verein. Das kann man machen, das ist tatsächlich nicht so schwierig. Das heißt also, ihr braucht irgendwie sieben Mitstreitende, die mit euch das zusammen machen möchten. Die also sagen, ja, die Satzung finde ich cool genug, ich unterschreibe die. Auch dazu sage ich gleich noch was. Schön ist, dass der Verein auch notfalls mit weniger Personen fortbestehen darf. Allerdings nicht mehr, wenn er unter drei Personen hat. Dann ist man tatsächlich zu wenige. Ja, nach oben gibt es natürlich gar keine Grenzen. Nach oben könnt ihr, was weiß ich, das nächste DRK sein oder der nächste ADAC oder irgendwelche sonstigen großen Vereine. Das ist also nicht wirklich begrenzt. Ihr seid auch hier wieder, wie erwähnt, auf Dauer ausgelegt. Und das Schöne ist, das ist ein Konstrukt, was ermöglicht, dass man irgendwann sagt, hey, ich habe jetzt hier in diesem Verein, was weiß ich, fünf Jahre Vorstand gemacht, ich habe das angeschoben, aber jetzt ist mal jemand anders an der Reihe. Ein Verein ermöglicht euch das, hat also eine gute Regelung, wie dann die Nachfolge auch aussehen kann. Das halte ich für eine sehr, sehr starke Sache, weil die Interessen verändern sich und es wäre schön, wenn so ein Projekt dann nicht eingestampft werden müsste, nur weil man halt sagt, hey, ich habe gerade a lot going on, ich möchte gerade mal was anderes machen oder ich muss mich um mich selbst kümmern oder ähnliches. Ein Verein ist ein Konstrukt, was euch das ermöglichen kann. Ja, besteht halt einfach weiter, solange bis irgendwann aufgelöst wird. Und was, also das habe ich nur der Vollständigkeit hier drauf, also so ein Verein, es kann auch passieren, dass ein Amtsgericht dann sagt, ja, ihr habt jetzt irgendwie hier keinen Vorstand wählen können, keiner hat sich mehr aufgestellt, ihr habt eigentlich keinen Vorstand. Dann kann ein Amtsgericht auch einen Vorstand für euch einsetzen zum Beispiel. Also solche Sachen können auch passieren, also so ein Verein ist relativ stabil. Einfach bevor er dann irgendwie von selbst zerfallen würde, passieren dann solche Dinge. Habe ich noch nie erlebt in einem Verein, dass das wirklich eingetreten wäre. Insofern macht euch da keine Sorgen, es ist nur der Vollständigkeit halber. Ja, es ist auch insofern auf Dauer ausgelegt, als dass Mitglieder gewisse Arten von Rechten haben. Es gibt ja doch das eine oder andere prominente Vereinsbeispiel, wo das zurzeit etwas gedehnt wurde, was Mitglieder an Rechten haben. Aber das ist, glaube ich, hier auch mal gut aufgehoben zu transportieren. Also wenn Mitglieder zum Beispiel verlangen, dass eine Mitgliederversammlung stattzufinden hat, muss man das auch machen. Man muss seine Mitglieder auch dazu einladen und solche Dinge. Aber ja. Ja. Diese Vereine definieren sich meines Erachtens über ihre Satzung. Also in der Satzung sind ganz viel so Dinge geregelt, die so nach so einem AGB-Kauderwelsch-Gesetzestext klingen. Ja, das ist nicht falsch und das ist auch nicht sexy oder irgendwas. Aber es ist auch wiederum was relativ Mächtiges, wenn man da ein bisschen Spaß dran hat. Also ich mache mir den Verein so wieder, wie er mir gefällt. Ist tatsächlich eben so, ich kann in meine Satzung in gewissen Schranken natürlich, aber ich kann meine Satzung reinschreiben, was zu mir passt, was ich haben möchte, wie ich meinen Verein aufbauen möchte. Das ist so ein bisschen so, als könntet ihr jetzt mal eben schnell eure eigenen Gesetze schreiben und die gelten dann sogar. Das halte ich für eine super mächtige Sache. Und so Gestaltungsspielraum ist natürlich ganz offensichtlich bei Dingen wie, ihr gebt euch einen eigenen Namen, ihr gebt euch einen eigenen Zweck. Dieser Verein ist zum Zweck der Förderung der Kommunikation oder der Verständigung oder sonst irgendwas. Ihr könnt euch einen Aufbau geben. Ich gebe ein, zwei Beispiele gleich zu dem, was man da so reinschreiben kann für den Aufbau. Ihr könnt selber bestimmen, wie wird denn ein Vorstand bei euch gewählt? Wie wird denn eigentlich sonstige wichtige Rollen? Wie werden die denn legitimiert? Schönes Beispiel aus dem Chaosumfeld ist hier oft, im Chaos-Computer-Club ist oft in den verschiedenen örtlichen Airfas ist oft mit geregelt, dass es ein Plenum gibt. Und das Plenum ist ein Vereinsorgan. Das kann man in einer Satzung festschreiben, dann ist das so. Dann hat man ein Plenum, das hat Rechte im Verein. Ansonsten, wenn ihr bestimmte Dinge nicht regelt, dann gilt halt hier wieder Default BGB. Also das Bürgerliche Gesetzbuch sagt dann wieder, wenn ihr nichts weiter festlegt, dann ist halt einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung dran. Das ist der Standard. Den müsste man nicht regeln. Schadet auch nicht, wenn man es trotzdem in eine Satzung explizit reinschreibt, weil dann hat man eine Stelle, an der man suchen muss, wenn man jedes Jahr denkt, oh, da sind wir dieses Jahr wieder dran. Das kann man machen. Aber im Zweifelsfall ist BGB eben der Ort, wo man das ganze Vereinsrecht auch findet. Lustigerweise auch relativ früh im BGB, das ist so in den ersten, weiß nicht, 30, 40, 50 Paragrafen ist das schon drin. Also das ist, wenn ich überlege, das hat 700 irgendwas Paragrafen und das ist in den ersten 30, ist schon Vereinsrecht, scheinen Leute früh darauf gekommen zu sein, dass man das vielleicht regeln möchte. Ja, oder hier auch nochmal der Punkt, wenn ihr irgendwelche Spezialitäten für euren Verein speziell braucht, schreibt es mal in die Satzung und lasst es von einem Amtsgericht eben schon mal durchgucken. Auch da komme ich gleich nochmal länger zu. Dann ist so ein Ding, ja eingetragen, nicht eingetragen. Will ich meinen Verein eintragen oder nicht? Nicht theoretisch, könnt ihr einen Verein einfach jetzt gründen und dann habt ihr einen Verein. Aber der Schlüsselpunkt beim Eintragen, bei dem, oh, ich nehme jetzt meine Dokumente und ich trage sie hier rüber zum Amtsgericht oder ich trage sie zum Notar, in dem Moment begründet ihr eine juristische Person. Das ist der Unterschied, eingetragen, nicht eingetragen ist, ich bin einfach ein paar Leute oder ich bin eine juristische Person, die in einem Register eingetragen ist, die dann so coole Sachen kann wie, hey, ich habe eine Domain, wer registriert denn die jetzt? Was ist denn, wenn die Person krank oder was weiß ich, verstorben ist? Wie kommen wir an die Domain wieder ran? Nee, der Verein kann die besitzen. Der eingetragene Verein kann als juristische Person Verträge abschließen. Ihr als Vorstand könnt den Verein vertreten, könnt für diesen Verein Verträge abschließen, aber sie bleiben beim Verein. Wenn ihr als Vorstand dann zwei Jahre später sagt, ich trete mal ein Stückchen kürzer und jemand anderes darf jetzt dran, müsst ihr nicht 35 bei Postingdinger um oder sonst irgendwas, sondern das bleibt beim Verein, das gehört dem Verein. Das ist für mich der Knackpunkt, warum ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr interessantes Konstrukt ist. Das finde ich sehr gut matcht für Dinge, die wir vielleicht für solche Sachen brauchen. Also nicht nur für Fediverse natürlich, aber dafür eben auch. Ja, der Verein kann Dinge besitzen. Vielleicht hat irgendwie, also das wird sicherlich hier auch so sein, manche von den Sachen, die hier so rumstehen, gehören sicherlich den diversen Chaos-Vereinen, die hier dran mitarbeiten an der Konferenz. Und das ist auch sehr praktisch, dass man also nicht sagt, ja, also der Bernd bringt dies ja halt seine Lampen nicht mit oder so. Ja, wäre blöd, ne? Sondern es gehört dem Verein. Und dann ist klar, der Verein kann das auch für seine Dinge einsetzen. Diese Eintragung, auch das habe ich kurz angerissen, das erfolgt beim Amtsgericht. Ihr findet einfach raus, welches Amtsgericht für euch zuständig ist. Dort wird es eingetragen werden. Und dabei geht es eben immer darum, wo sitzt eure, wo hat euer Verein die Geschäftsführung des Vereins? Das ist meistens da, wo die drei aktivsten Dudes und Dudets sich halt treffen. Meistens ist der Teil keine riesengroße Frage. Ich habe andererseits wiederum im ehemaligen Chaos-Computer-Club Mainz viel mitgearbeitet und die saßen in Wiesbaden. Das war immer eine sehr schöne Sache. Hallo an die Leute aus Wiesbaden und Mainz. Das war immer sehr lustig. Passiert. Ich glaube, für ein Fediverse-Projekt ist so eine Eintragung, also die Form Verein und die Eintragung davon, eine sinnvolle Sache, eben aus den vorgenannten Gründen. Die nächste Sache, und das ist oft was, was für Leute wirklich Neuigkeiten auch ist, Vereine sind nicht immer gemeinnützig, also sind nicht automatisch sowieso nicht, aber auch nicht immer gemeinnützig. Und es ist eine Entscheidung, die ihr treffen könnt. Wollt ihr Gemeinnützigkeit anstreben? Wollt ihr eine Geschäftsführung anstreben, die gemeinnützig sein kann? Dann schreibt ihr eine Satzung, die gemeinnützig sein kann. Die geht ans Finanzamt. Und das Finanzamt sagt dann, ja, könnt ihr machen. Geben wir euch die satzungsgemäßen Voraussetzungen für. Auch dazu. Wir kommen zur Gemeinnützigkeit noch ein bisschen länger. Aber auch das ist eine Grundsatzentscheidung, die ihr für euch treffen müsst. Und da gibt es ja Vorder- und Nachteile dabei. Auch dazu gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer ins Detail. Da ist so diese Stelle, wo dann diese Abgabenordnung hier reinkommt. Also diese, was sind denn satzungsgemäße Vereinszwecke, die überhaupt möglicherweise vielleicht gemeinnützig sein könnten. Und das ist, ja, das ist nicht so gut mitgewachsen, finde ich. Da ist inzwischen Freifunk drin, das ist cool. Ja. Aber sonst ist da sehr viel so Kriegsgräberpflege und irgendwie Mildtätigkeit. Und nicht, dass das unwichtig wäre oder so, aber es gibt quasi nichts, was auf digital matcht in der Abgabenordnung. Andere Zwecke, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte aber zum Beispiel hier Fediverse betreiben oder so, könnt ihr Glück haben und ein cooles Finanzamt erwischen. Die sagen, ja, wir akzeptieren das. Das ist aber ziemlich Glückssache. Also da weiß ich nicht, wie gut das in der Praxis funktioniert, ehrlich gesagt. Ist aber, wie gesagt, ganz stark von dem jeweiligen Finanzamt dann sicherlich abhängig. Ja, wie gesagt, ich halte Vereine für ein wahnsinnig cooles Konstrukt. Ich glaube, dass das, ja, wie gesagt, für Projekte, die für mehrere Menschen sein sollen, ein schöner Rahmen eben ist. Und man kann die relativ einfach gründen, man kann die relativ einfach betreiben und verwalten. Und hat jetzt nicht irgendwie, ihr müsst jetzt nicht irgendwie keine GmbH irgendwie, was weiß ich, Grundkapital aufbauen oder so ein Quatsch. Sondern das ist mit, ich sag mal, was wir, wenn wir jetzt unsere Taschen alle ausleeren würden, hier im Raum, dann hätten wir genug zusammen, um das Geld auch zu stemmen, um so einen Verein zu gründen. Das ist jetzt nicht was, wo wir arm werden. Ja, ihr habt halt auf einmal eine abgeschlossene, in sich schlüssige Einheit für so eine Sache. Also ihr macht quasi Vereinsmodul in eurem Code auf und dann gilt das zu dem Zweck hier. Und ihr habt einfach so einen Ort, wo das stattfinden kann. So, jetzt haben wir festgestellt, warum ich glaube, dass es eine gute Idee ist. Aber wie geht es denn jetzt vor sich eigentlich? Und das ist so ein bisschen der Hauptteil auch jetzt. Was ist denn so der Ablauf eigentlich? Der Ablauf, da kann ich jetzt überlegen, wie detailliert geht man da rein? Aber es gibt so ein grobes paar Dinge, die es so gibt. Es gibt so Sachen wie, was ihr wahrscheinlich auch vielleicht schon im Kopf habt, es gibt so Grundsatzüberlegungen. Also will ich überhaupt einen Verein? Was will ich mit meinem Verein? Es gibt dann diese Phase, wo man halt guckt, ah, wollen das andere vielleicht auch? Ich muss ja irgendwie sieben Leute oder besser mehr finden, die das auch mittragen wollen, die das mitgründen wollen, die vielleicht auch in der Vorstandsarbeit mitmachen und so weiter. Das muss man eine Weile eben mit sich rumtragen und Leute dafür begeistern können. Das ist klar. Hoffentlich habt ihr das sowieso. Wenn ihr viel über das machen wollt, solltet ihr auch hier in der Lage sein, auch zum Beispiel Moderation auf mehrere Schultern verteilen zu können. Dann müsst ihr so einen Satzungsentwurf machen. Ich hoffe, dass der Satzungsentwurf euch heute dann etwas leichter fallen wird, weil wir ganz viel jetzt auch über die Satzung als nächstes sprechen werden. Und dann ist es eigentlich nur so, ihr macht einen Termin, ihr macht eine Gründungsversammlung. Das ist, wenn ihr mit den Leuten einig seid, was ihr wollt, eigentlich eine Sache von, das kann in einer Stunde komplett erledigt sein und dann habt ihr noch ein bisschen geschwätzt dabei. Ja, dann habt ihr diese ganzen Dokumente zusammen und die müssen dann an die diversen Stellen, das ist die Eintragung und dann habt ihr, sorry, also an der Stelle habt ihr dann schon einen Verein gegründet, nur noch nicht eingetragen. Und dann macht ihr diese Eintragung bei den richtigen Stellen, die verrate ich euch gleich und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die nicht technisch gesehen zur Vereinsgründung gehören, die ich aber glaube, mal transportieren müsste, weil die einfach sinnvoll zu wissen sind vorher und dann geht es als Verein los. Also dann könnt ihr richtig die Arbeit aufnehmen unter dem Vereinsnamen für den Verein, für diese juristische Person eben. Ja, gehen wir mal an die Grundsatzüberlegung ein bisschen dran. Wir sind jetzt im Moment in unserem Prozess, ganz von eurer Seite aus gesehen, vom linken Ende hier und was wollen wir uns denn vorher irgendwie mal überlegen? Also wir wollen uns vielleicht überlegen, warum will ich das eigentlich machen? Was ist denn hier mein Zweck eigentlich? Was ist das, was ich mit diesem Verein möchte, von dem Verein möchte? Wie groß will ich das nachher haben? Will ich vielleicht, also auch wieder hier auf das Beispiel Fediverse bezogen, will ich eine Instanz für mich als Single-User? Dann braucht ihr bitte keinen Vereinkunden, das ist klar. Will ich das für meine Familie und engen Verwandten? Dann würde ich es auch eher wahrscheinlich nicht machen. Will ich das für einen zum Beispiel schon bestehenden kleinen Verein, vielleicht kann ich das in dem Verein abwickeln, vielleicht geht das auch. Wenn ich also zum Beispiel im Umfeld des Chaos Computer Clubs sowas mache, mache ich das vielleicht in meinem örtlichen Erfa stattdessen und muss nicht einen gesonderten Verein gründen dafür. Wenn ich das Ganze jetzt wirklich ganz klar sage, wie wir es für Darmstadt gemacht haben, wie gesagt, ich habe Darmstadt Social mitgegründet, wenn das auf so ein, ich sage mal, so ein amorphes Gebiet, so eine Region so ein bisschen auch bezogen ist und man weiß nicht so genau, kommen da jetzt 100 Leute, kommen da vielleicht ein paar mehr oder so. Aber da würde ich sagen, ab da auf jeden Fall ergibt es total Sinn, das zu tun. Aber sich das vorher zu überlegen, wie weit möchtet ihr euer Engagement da betreiben, wie weit soll das reichen, diese Gedanken würde ich mir auf jeden Fall in dem Zuge machen, auch weil ich ja mit meinen Mitstreitenden darüber reden will. Was will ich denn von so einem Verein? Wenn ich mir an so einer Stelle nicht einig bin, mit Leuten, die das mittragen sollen, die auch mitarbeiten sollen, dann hat man den ersten Konflikt quasi schon vorprogrammiert. Ja, gleichzeitig auch wieder der Beispiel Darmstadt Social. Wie abgeschlossen ist denn mein Personenkreis eigentlich? Mache ich das nur für eine Region und wenn jetzt jemand aus München kommt, sage ich dann so, nee, da gehst du zu deinem. Oder mache ich das oder mache ich das nicht? Wir haben die Philosophie mit, wer kommt, darf dabei sein, wer sich halt nach den Regeln verhält und nicht irgendwie die üblichen Dinge, die man so nicht haben will, repliziert. Könnt ihr für eure Instanzen natürlich machen, wie ihr wollt oder für eure Vereine machen, wie ihr wollt. Ich finde es persönlich ganz schön, wenn es irgendwie so eine Gemeinsamkeit gibt, auf der man es fußt. Das ist meistens vorprogrammiert. Also entweder wir sind vielleicht alle bei Lea und Rix auf Chaos Social oder so. An die, wenn ihr das seht, vielen Dank dafür, dass ihr es betrieben habt. Ich war lange bei euch und das war schön. Ja, habe ich vielleicht diese inhaltliche Gemeinsamkeit, dass wir alle irgendwie chaosnah sind oder habe ich sowas wie, ja, ich habe München Social ist riesig, Norden Social ist riesig. Habe ich irgendwie so eine regionale oder, also ob das jetzt städtisch, regional oder überregional, bundeslandübergreifend oder was auch immer ist, ist mir dabei egal. Aber habe ich so eine Gemeinsamkeit vielleicht? Sind wir vielleicht alle bei Bildung Social? Da sind viele Leute, die Lehrer oder Lehrerinnen sind. Ich muss kurz das hier festkleben einmal. Entschuldigung. Geht nicht, egal. Also das sind Menschen, die sich mit Bildung eben beschäftigen oder es gibt, ja, eben solcherlei inhaltliche Gemeinsamkeiten. Wenn ihr sowas habt oder machen möchtet, ist das gut, sich dafür heuer Gedanken zu machen, ob ihr das so wollt, wie ihr das so wollt. Es ist auch eine Frage, will ich das eigentlich jetzt professionell machen? Will ich jetzt Leuten sagen, ja, hier ist eine Testinstanz, geht halt drauf, wenn ihr wollt und morgen ist halt wieder weg, weil ich den Stecker gezogen habe oder so oder wollt ihr den Leuten garantieren können, hey, das hier hat eine gewisse, ich sag mal, Quality of Service, also im Sinne von, ich garantiere euch, wenn ich das Ding zumache, dann habe ich Vorlauf genug, meine Daten zu sichern, umzuziehen oder solche Sachen. Würde ich euch hart empfehlen, wenn ihr das größer aufzieht, dass ihr bitte den Leuten solche Möglichkeiten gebt, also dass ihr euch dann eben darauf committet, ab dem Moment, wo ihr keinen Bock mehr habt, wenigstens nochmal, so weiß nicht, drei Monate ist, so eine übliche Zeitspanne hier, dass ihr Leuten diese Zeit einräumt, eben umzuziehen zum Beispiel. Gibt es einen Server Covenant zum Beispiel, das kann man sich mal anschauen, das ist in dem Bereich eine gute Grundlage, wie professionell man das betreiben möchte, ist aber auch nur eine von vielen solchen Sachen. Ja, und eben auch so Sachen wie, was sind meine, ich sag, ich hab hier mal, ich hatte keinen griffigeren Begriff, was sind meine Standards, also wie heftig moderiere ich welche Dinge? Also bin ich irgendwie so eine True Social, Free Speech, große Anführungszeichen Instanz und mir ist alles völlig Wumpe oder will ich eigentlich, dass Menschen es bei mir schön haben können, dass ich meinen eigenen Safe Space habe. Ich finde, auch da wieder Chaos Social, finde ich, hat da ein gutes Händchen für, die sagen Sachen, die bei mir im Wohnzimmer gehen würden. Ich glaube, das ist so die grobe natursprachliche Richtschnur, nach der man da geht bei Moderieren. Es gibt auch Instanzen, die sagen, wir gehen noch deutlich darüber hinaus und wir sagen, wir müssen mindestens zwei Instanzen entfernt sein von einer Instanz, die keine harten Moderationsregeln hat. Und solche Sachen würde ich mir im Vorfeld überlegen. Also an der Stelle, macht, was ihr wollt, seid bitte lieber wie Chaos Social, aber macht, was ihr wollt prinzipiell, aber seid euch einig bei dem, was ihr macht. Ja, auch in dieser Vorphase, wer sind eigentlich wir? Also wer organisiert mit? Wer kann erst mal mir helfen? Aber das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Der Sinn ist ja, wer kann bei diesem gemeinsamen Vorhaben mitarbeiten? Weil ein bisschen Arbeit ist es ja sowieso immer. Also wer ist zum Beispiel in der Lage, so Vereins-Fu zu machen? Wer geht dann mal zu einem Amt und reicht so ein Ding ein? Weil manchmal ist das halt nötig. Wer kann sowas wie Administration unterstützen? Wer kann sowas wie Moderation unterstützen? Das sind nicht immer die gleichen Skills, die man da braucht. Ihr wollt möglicherweise für Moderation andere Menschen, die andere mehr so People-Skills haben. Ihr wollt möglicherweise für Administration Leute, die eben eher mit den Maschinen gut können. Also das muss nicht unbedingt Personalunion sein, will ich damit sagen. Ja, und eben, wie gesagt, worauf wir auch hinaus wollen, wie stelle ich das dann auf langfristig feste Füße, sowohl finanziell als eben auch organisatorisch und rechtlich. Entschuldigung. Das Kabel. Ja, jetzt habe ich so einen Punkt ein bisschen galant hier so mit drin vermorschelt, aber im Prinzip wäre hier gewesen mitstreitende Suchen, aber das braucht, glaube ich, nicht mehr als das, weil mitstreitende Suchen, das, glaube ich, brauche ich hier nicht groß erklären. Aber wir brauchen jetzt eine Satzung. Und das ist, wie gesagt, so finde ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Das ist so die Stelle, die bei Vereinen, finde ich, auch Spaß machen kann. Und was ich da empfehlen würde, ist, haltet eure Satzung doch bitte kurz. Ich habe schon Vereine mitgemacht oder mitorganisiert, wo dann zwölf Seiten Satzungstext waren. Das will erstens keiner lesen, da findet auch zweitens kein Mensch mehr irgendwas. Das macht wenig Spaß und das ist meistens auch völliger Quatsch und total unnötig. Also Darmstadt Social hier als Beispiel hat zweieinhalb Seiten Satzung und wir haben da zusätzlich noch Ordnungen hintendran. Zu Ordnung komme ich gleich noch. Ich sage es deswegen auch, weil Änderungen an der Satzung, die immer mal nötig sind. Ich sage mal, wenn ihr im Verein fünf Jahre ohne Satzungsänderung hinkommt, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Das kommt schon einfach wirklich immer mal wieder vor. Auch bei Weitem nicht jedes Jahr, aber kommt halt vor. Ja, dann ist eine lange Satzung ätzender zu ändern als eine kurze, weil ihr müsst diese Satzungen wirklich, also diese Änderungen, die müssen formal einfach komplett korrekt sein. Wir hatten auch wieder im Chaos Computer Club Mainz damals noch, da hatten wir jemanden, der hat sich daran gestört, dass wir ja der Chaos Computer Club sind, aber in der Satzung über Verein steht. Und er hat das halt suchen und ersetzen, sagt, hier ist die Satzung. Wir alle so, nee, bitte wieder zurück. Wir müssten das formal ändern mit Mitgliederversammlungen und dann einreichen und so weiter. Und den Aufwand macht man für so eine redaktionelle Änderung eigentlich nicht. Also deswegen auch, deswegen will man die kurz halten, einfach weil Ändern halt ätzend ist. Wenn ihr mal umfangreich ändern solltet, auch das habe ich in einem Verein mitgemacht, wenn ihr viel ändert in der Satzung, macht einfach eine Neufassung. Weil im Prinzip, was ihr an das Amtsgericht immer schickt bei so einer Änderung, ihr schickt im Prinzip ein Diff, ihr spielt eigentlich GitHub ohne GitHub und das ist totaler Quatsch und das ist total ätzend. Also ihr schickt dann hin, ja, wir hatten vorher irgendwie bla 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 Formulierung und dann haben wir durch Beschluss von der Mitgliederversammlung geändert auf blub 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 blub. Ja, wenn ihr viel ändert, macht es als Neufassung. Es geht in der Regel auch besser durch. Auch das habe ich jetzt einmal gemacht bei einem Verein. Neufassung ist jetzt auch nicht wirklich häufig. Ja, Satzung ist kurz. Vielleicht wollen wir auch mehr regeln. Das heißt, Satzung kann durch eine Ordnung oder durch mehrere Ordnungen ergänzt werden. Das ist sehr praktisch zu tun, kann ich empfehlen. Das Üblichste dabei, und das habt ihr alle garantiert irgendwo schon mal gesehen, ist die Beitragsordnung. Und es gibt aber auch andere Beispiele. Wir haben in Darmstadt Social gesagt, hey, wir haben Moderierende, wir haben Administrierende. Lasst uns deren Aufgaben und deren Prozesse auch quasi fast auf Satzungsrang festlegen, damit eben die Mitgliederversammlung, ein sehr hohes Organ kommen wir dazu, da Mitspracherecht hat und auch ein Prozess klar ist, wie wir solche Sachen ändern. Aber das in die Satzung zu schreiben, ist halt ätzend, weil Satzung ändern halt scheiße ist. Und deswegen haben wir da Ordnungen für, die sind in die Satzung eingewoben, aber sind einfacher zu ändern als die Satzung. Genauso mit der Beitragsordnung. Eine Beitragsordnung kann auch viel einfacher zu ändern sein, als wenn eure Beiträge in der Satzung drinstehen. Deswegen macht das kein Verein, den ich kenne, kein Verein, den ich kenne, schreibt seine Beiträge genauso im Wortlaut in die Satzung rein. Weil sobald ihr die Beiträge verändern müsst, müsst ihr eine Satzungsänderung über eine Mitgliederversammlung. Das ist, ja, Unsinn. Genau. So. Aber was regeln wir jetzt eigentlich, wenn wir das nicht regeln? Wir regeln zum Beispiel Name und Sitz. Wir regeln zum Beispiel den Vereinszweck. Vereinszweck speziell hat viel Spielraum und Vereinszweck ist die Stelle, wo ihr als Schlüsselelement quasi bestimmen könnt, darüber, wollt ihr gemeinnützig sein oder nicht. Das ist nicht die einzige Stelle. Es gibt andere Stellen, die auch wichtig sind. Aber der Zweck ist quasi so der Dreh- und Angelpunkt für ganz, ganz viel davon. Ich kann sagen, oh, ich habe als Verein diese und jene Organe. Wie gesagt, im Chaos Computer Club ist es oftmals so, es gibt den Vorstand, den gibt es halt immer. Es gibt die Mitgliederversammlung, die gibt es halt immer. Aber es gibt zum Beispiel auch das Plenum für manche Beschlüsse bei manchen von den Airfas. Ich kann zum Beispiel sagen, in unserem Verein sind Administrierende eine eigene Gruppe, die haben vielleicht ein anderes Stimmrecht oder so. Oder die haben vielleicht Mitgliedschaft, obwohl sie gar nicht bezahlen oder solche Sachen. Vielleicht möchte ich Leute dann im Verein einfach drin haben, damit das geregelt ist. Aber vielleicht möchte ich denen solche Sachen ermöglichen, damit ich eben nicht noch sagen, hey, willst du nicht administrieren, deine Zeit irgendwie dafür opfern? Und dann noch, hey, du darfst übrigens auch Geld bezahlen dafür. Also ich kann also einzelne Personengruppen anders behandeln und das lege ich in der Satzung fest, wenn ich das möchte. Ich muss regeln, wie kann ich überhaupt Mitglied werden, wie kann ich wieder austreten. Das gehört in eine Satzung rein, das muss da drin sein. Ich kann sagen, wer ist eigentlich Vorstand und wie viele und wie dürfen die in welcher Konstellation irgendwelche Beschlüsse fassen. Zum Beispiel, das haben wir nachher in einem Beispiel auch noch, habe ich zum Beispiel zwei gleichberechtigte Vorsitzende und jeder Einzelne darf allein nicht vertreten. Also dann kann ich alleine mit der Kasse wegrennen, wenn ich will, das geht dann. Oder habe ich zwei oder mehr Vorstehende, die dann nur mit so und so vielen Personen mindestens gleichzeitig vorhanden sein müssen für irgendwelche wichtigen Unterschriften. Diese Dinge kann ich frei regeln. Das ist euch überlassen für euer persönliches Empfinden. Wie wäre das für unsere Situation, für unseren Verein richtig? Und da gibt es auch, wie gesagt, diesen Spielraum eben. Ja, man regelt dann auch insbesondere auch wieder hier bei gemeinnützigen Vereinen, muss man regeln, also man muss sowieso regeln, was bei Auflösung ist, aber bei gemeinnützigen Vereinen muss bei Auflösung schon klar sein, was mit den finanziellen Mitteln passiert. Das ist ein wichtiger Kernbereich, weil Gelder, die einmal sozusagen so das Tag Gemeinnützigkeit bekommen haben, das Geld darf dann nicht mehr nicht gemeinnützig irgendwo anders rausfließen. Das heißt also, wir können einen gemeinnützigen Verein nicht einfach aufbrechen, sagen, cool, jeder kriegt seinen 10er wieder und dann ist rum, sondern dieser 10er, den ich da reingesteckt habe, der muss dann Gemeinnützigkeit behalten. Das heißt, das Geld wird dann zum Beispiel an einen anderen gemeinnützigen Verein gespendet bei Auflösung. Zu den Vereinszwecken. Ich habe schon gesagt, es gibt so eine Abgabenordnung, da stehen so Zwecke drin und ich habe sie alle auf eine Folie bekommen. Bitte auswendig lernen, ist in der Klausur dran. Nee, also man kann das jetzt nicht lesen, das ist auch in Ordnung. Es gibt hier lustige Dinge drin, aber es gibt hier sehr wenig digital matchendes drin. Es gibt hier so Dinge wie zum Beispiel Kunst und Kultur kann manchmal akzeptiert werden, dass ich sage, ich beschäftige mich mit Kultur, also vielleicht auch Internet, Memekultur, sonst irgendwas. Euer Finanzamt wird es euch vielleicht um die Ohren hauen, könnte sein. Es gibt so etwas wie internationale Gesinnung, Toleranz auf allen Gebieten, Kultur- und Völkerverständigung, kann man machen, habe ich schon gesehen, wird auch manchmal akzeptiert. Und dann gibt es eigentlich nichts Besonderes mehr, es gibt noch Kleingärtnerei, ich glaube nicht, dass ihr damit durchkommt und vor allem ganz wichtig, per Gesetz, Förderung, Sport, Schach gilt als Sport. Wenn ihr mal die Frage kriegt, ob Schach ein Sport ist, steht in der Abgabenordnung, ist ein Sport. Hat aber für uns keine Relevanz hier. Ich würde sagen, es hat schon Vorteile, gemeinnützig zu sein. Also ihr müsst keine Körperschaftssteuer abführen für Dinge, die im Vereinszweck passieren. Ja, aber das ist eh erst relevant, ab 5000 Euro Gewinn. Das heißt also, wenn ihr jetzt nicht ein Riesending aufzieht, kommt ihr da eh nicht hin. Das heißt, der Vorteil ist fragwürdig, ob das wirklich ein Vorteil ist. Ihr dürft Spendenbescheinigungen, also eigentlich Zuwendungsbestätigungen, aber vulgo Spendenbescheinigungen ausstellen. Das kann hilfreich sein, weil manchmal zum Beispiel Firmen geben euch gerne dann Geld, wenn ihr solche Spendenbescheinigungen ausstellen dürft. Wenn ihr jetzt nicht mit großen Spenden von Firmen rechnet, ist die Frage, ob das ja der ausschlaggebende Punkt nachher ist für Leute, die Mitglied würden oder die euch Geld geben würden. Wenn Leute euch also nichts spenden dürfen, dann dürfen sie euch trotzdem ja Sachen schenken und das machen Menschen auch. Es gibt unter Umständen, das unter Umständen macht Heavy Lifting, könnt ihr Mitgliedsbeiträge auch steuerlich begünstigt machen. Sportvereine können das zum Beispiel normalerweise nicht, weil ihr normalerweise beim Sportverein für den Mitgliedsbeitrag eine Gegenleistung bekommt und das ist ganz prinzipiell einfach keine Spende, wenn es eine Gegenleistung hat. Ihr dürft also zum Beispiel für euren FDFIRS-Verein, wenn der gemeinnützig sein soll, könnt ihr sowas nicht machen wie, cool, du bist Mitglied und damit hast du deinen Account. Also wenn das die Gegenleistung ist, ist es nicht mehr ohne so einen Handel, sage ich mal. Und in dem Moment wäre der Mitgliedsbeitrag eigentlich nicht steuerlich absetzbar und ihr habt euren ganzen Vorteil eigentlich verschossen auch wieder, wenn ihr den speziell haben wolltet. Ja, ihr kriegt einfacher von Firmen spenden, habe ich schon gesagt. Es gibt auch Fördergelder, an die man gemeinnützig einfacher rankommt. Wenn ihr da das Gefühl habt, ihr könntet da was abgreifen, dann kann das sich vielleicht rentieren, Gemeinnützigkeit anzustreben. Es gibt, finde ich, aber auch ein paar Nachteile. Es gibt so dieses, in der Vereinsführung wird halt viel genauer hingeschaut, ob ihr wirklich halt genau trefft, was ihr macht und ob ihr wirklich gemeinnützig die Gelder verwendet. Und das kann es ein bisschen, ich weiß nicht, macht es nicht wirklich schwieriger, weil ihr wollt sowieso satzungsgemäß Mittel verwenden. Das ist klar. Aber ihr habt halt immer noch mal so ein paar Augen mehr drauf, sage ich mal ein bisschen deutlicher. In dem Moment, wo ihr Zwecke habt, die gar nicht vom Finanzamt anerkannt werden, habt ihr sowieso gelitten. Das geht einfach nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich mache zwar Völkerverständigung, aber ich mache eben auch irgendwie Zwecke, die einfach das Finanzamt nicht verstehen würde zum Beispiel, dann braucht ihr einfach gar nicht das Anstreben. Ihr müsst, also der Nachteil, der Nächste ist jetzt auch nicht wirklich ein Riesennachteil, weil diese zeitnahe Mittelverwendung gilt erst ab 45.000 Euro. Das heißt also, bis wir da hinkommen mit unserem Fediverse-Verein, ja, dann haben wir eh andere Probleme. Aber trotzdem ist es gut, das mal gehört zu haben, dass man als gemeinnütziger Verein ab einer gewissen Grenze auch dazu angehalten ist, jetzt nicht riesige Schätze aufzuhäufen, sondern dass man das Geld, was einem ja für den Vereinszweck gemeinnützig gegeben wurde, dass das da auch ankommen muss. Das ist diese zeitnahe Mittelverwendung. Ja, und eben habe ich eh eingangs erwähnt bei der Auflösung. Es gibt bei der Auflösung eben diese Sonderregelungen, dass das Geld halt gemeinnützig bleiben muss danach. Ich persönlich finde es fraglich, ob sich das rentiert für ein Fediverse-Projekt. Wir haben Darmstadt Social nicht als gemeinnützig gegründet. Also wir haben es zumindest nicht irgendwie beim Finanzamt beantragt. Wir haben natürlich trotzdem uns Zwecke gegeben, die eben zum Beispiel sowas wie Förderung der Kommunikation und so weiter und Förderung des Open-Source-Gedanken haben wir, glaube ich, mit drin. Aber wir haben jetzt nicht beim Finanzamt darum gebeten, dass sie uns das als gemeinnützig nach der Abgabenordnung irgendwie einstufen würden. Gucken wir uns mal so eine Mustersatzung an. Und zwar habe ich euch das hier mal so mitgebracht, in so einem Browser-Fensterchen. Und das hier ist eine Adresse, die ich euch, ich lege euch die Adresse, wenn ihr das aufmachen wollt, parallel einfach mal kurz auf. Aber ihr kriegt auch natürlich, wenn ihr das wollt, gerne diese Folien und auch diese Webseite fediverse.jetzt ist natürlich online verfügbar. Da habe ich vieles, was ich hier formuliere, habe ich da eben auch natürlich mit drin. Und dann gucken wir uns diese Seite einfach mal ganz kurz von oben nach unten durch und sprechen einmal ganz kurz über die Punkte in dieser Satzung und warum ich glaube, dass die in der Form vielleicht hilfreich sind. So diese Seitenleiste hier ist im Prinzip aufgeteilt, also das ist die klassische Navigation auf einer Webseite halt, nach den Paragraphen und hier später kommen noch diese weiteren Ordnungen, die ich dazu passend, ja, effektiv habe ich mir die ausgedacht, wenn man so will. Wir haben einen Verein nach diesem Muster auch gegründet, also das funktioniert tatsächlich. Also der Check, als würde das compilen, den haben wir gemacht. Ja, was machen wir hier? Wir sagen hier, es gibt einen Namen und einen Sitz, das ist soweit nicht weiter spannend, gehen wir drüber, weil was Namen und Sitz ist, ist eigentlich relativ einfach und ihr macht irgendwie Geschäftsjahr als Kalenderjahr, ist auch irgendwie unspannend. Hier habt ihr die Möglichkeit zu sagen, ja, wollen wir Gemeinnützigkeit anstreben oder nicht? Nicht gemeinnützig, schreibt ihr halt rein, was euer Zweck sein könnte, zum Beispiel hier Forderungen offener, freier Kommunikationssysteme und so weiter und gemeinnützig müsste ich das ein bisschen umfangreicher formulieren, ich müsste halt sagen, dass ich wirklich ausschließlich selbstlose und gemeinnützige Zwecke verfolge und so weiter, ist also etwas umfangreicher. Ich regle, wie Mitgliedschaft funktioniert. Und da gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel sagen, will ich denn, dass Firmen bei mir Mitglied werden dürfen oder nicht? Sollen juristische Personen auch in der Lage sein, mir Geld zu geben? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Kann aber sein, dass ihr das für euch nicht wollt aus irgendeinem Grund und das ist auch völlig fein. Dann lasst ihr das raus, dann können nur echte Menschen aus Fleisch und Blut Mitglied werden. Textform ist so ein Ding, ich habe nachher eine extra Folie für, ich sage es jetzt aber schon, Textform ist ein Schlüsselwort hier. Textform heißt E-Mail oder Brief oder sonst irgendwas. Das ist also die Form, die ihr wollt. Ihr wollt hier bitte nicht Schriftform drin haben. Schriftform heißt Papier. Bitte nicht verwechseln die zwei, die klingen ähnlich, ist ganz was anderes. Ich finde es auch nicht cool, aber ist halt so. Ja, ihr habt so Regelungen wie, wann kann ich aus dem Verein ausgeschlossen werden? Das ist so ziemlich Standardkram eigentlich. Da könnt ihr euch auch überlegen, was hat ein Mitglied dann vielleicht für Maßnahmen, um das wieder rückgängig zu machen oder ähnliches. Ja, der Teil ist ansonsten jetzt nicht wirklich speziell für das Fidiverse, das ist relativ halt wie so ein Standardsatzung hier ansonsten. Was ich immer empfehlen würde, ist, das haben nicht viele Vereine, so ein einfacher Weg, Menschen, wenn man die nicht mehr erreichen kann, aus dem Verein streichen zu können. Das ist jetzt nicht so krass wie Ausschluss und Beschluss und die Person darf nie mehr wiederkommen, sondern das ist einfach für den Fall, ja, hat jemand Bernd gesehen? Bernd hat sich ja seit zwei Jahren nicht gemeldet, E-Mails kommen nicht an, keine Ahnung, was mit Bernd ist, dann habt ihr den in der Mitgliederliste für Jahrzehnte und müsstet den mahnen und müsstet was, weiß ich was. Und wenn ihr sowas drin habt, könnt ihr einfach sagen, cool, Bernd streichen wir, wenn Bernd wiederkommt, ist er wieder willkommen, aber man kann solche Dinge regeln. Also das sind so diese Punkte zu wie Mitgliedschaft in so einem Verein eigentlich funktioniert. Ja, bei Tod endet es, außer Standardkram und so weiter. Das hier ist ein bisschen spezieller, die Organe des Vereins, weil hier haben wir tatsächlich, wie erwähnt, moderierende und administrierende extra aufgenommen. Das sind bei uns extra Organe, extra Dinge, die für unseren Verein, ja, die wir in dem Verein eben brauchen für die Organisation oder wo wir glauben, dass es schlau ist, die gesondert zu nennen hier. Mitgliederversammlung ist quasi einmal, wie so eine Mitgliedersammlung funktioniert, warum die einberufen wird, wann die einberufen wird. Zum Beispiel hier steht jetzt drin einmal jährlich, das ist der gesetzliche Standardteil. Ich kann auch nach BGB sagen, bis zu nur alle zwei Jahre. Ja, dann spare ich mir das mal in einem Jahr. Ja, das ist so der Spielraum, den man da hat im Endeffekt. Ansonsten schafft man eine Regelung, ab wann Mitglieder eine Mitgliederversammlung verlangen können. Soll ja ab und zu mal passieren können. Ja, und zum Beispiel haben wir hier reingeschrieben, ja, Textform auch wieder. Also wir müssen Leuten keinen Brief schicken, um eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Das wollt ihr sicherlich auch so tun. Auch hier wieder Textform, bitte nicht Schriftform. Und was ihr nicht mehr braucht, das ist relativ neu. Wir können inzwischen Mitgliederversammlungen per Videokonferenz per Standard machen. Das ist jetzt der BGB-Default, ist seit 2020 oder so. Das heißt, wenn ihr noch Satzungsentwürfe habt, wo drinsteht, ja, wir können auch per Videokonferenz, lasst es raus, ist kürzer. Weil dürft ihr nämlich sowieso. Ja, wer die Versammlung leitet und so, das ist alles relativ Standardzeug hier. Das ist eine interessante Frage, die ihr selber euch überlegen könnt. Hier steht jetzt, jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt und natürlich passend zu dem, wie ihr als Verein einfach agieren wollt. Das ist jetzt eine sehr, sehr, ich sag mal, permissive Formulierung davon. Es gibt ganz oft auch so Formulierungen, wie es müssen mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend sein oder mindestens müssen, was weiß ich was, solche Regelungen darf man machen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne machen. Erfahrungsgemäß aus größeren Vereinen, wenn viele Mitglieder zur Mitgliederversammlung kommen, läuft irgendwas schon schief. Also wir hatten, ich war in einem Tanzsportverein mit 700 Mitgliedern und da waren elf Leute bei den Mitgliederversammlungen, weil es freie Getränke gab. Und das war halt ein Verein, der lief halt gut und keiner hatte irgendwelche Anliegen und diese Versammlung war zu dem Zeitpunkt auch einfach nur halt Formsache, weil man es halt machen muss und dann ist es okay, wenn da keiner da ist, dann ist es nicht schlimm. Also wenn man mit den Mitgliedern in Gespräch und in Kontakt ist, dann ist es eigentlich gar nicht weiter schlimm. In so einem Verein wäre das halt tödlich, wenn da steht, die Hälfte von 700 Mitgliedern muss, da könnt ihr irgendeine Halle anmieten, um eine Mitgliederversammlung zu machen. Würde ich nicht empfehlen. Das heißt also, je nachdem, wie groß euer Verein sein soll, wie eng ihr mit den Leuten zusammenarbeitet, kann es sein, dass so eine Regelung gut ist oder so eine bestimmte Quote oder irgendwas davon. Was ich mindestens machen würde, das haben wir hier jetzt bei dem nicht, weil wir brauchen es durch diesen Punkt hier nicht, was ich mindestens machen würde, wenn ich sage, es müssen mindestens ein Drittel aller Menschen da sein, würde ich immer den zweiten Satz hinzufügen und sagen, wenn diese Quote nicht erreicht wird, ist die darauf folgende ordentlich eingeladene Mitgliederversammlung automatisch beschlussfähig. Wenn ihr sowas nicht drin habt, habt ihr möglicherweise sonst nie wieder eine funktionierende Mitgliederversammlung? Weil einfach vielleicht einfach wirklich die Leute keinen Bock mehr drauf haben oder so, die kommen einfach nicht und dann erreicht ihr vielleicht von einem riesigen Verein dieses Drittel einfach nicht mehr und das wäre blöd, das wollt ihr nicht. Deswegen, also diese Regelung ist jetzt vielleicht das andere Ende vom Spektrum, weil das ist halt immer, ist klar, ihr müsst immer noch ordentlich einladen, die Leute haben immer noch natürlich die Gelegenheit, das ist auch gut und wichtig so, aber es ist sicherlich, ich sage mal so, die Vereins einfachste Regelung, die man da treffen kann. Was die so beschließen, man muss hier diese, Punkte nicht unbedingt aufnehmen. Es ist aber nett, das einmal drin zu haben, zum Beispiel, dass die Änderung, oh, die sollten umgebrochen sein, das tut mir leid, zum Beispiel, dass die Mitgliederversammlung auch über die Änderung der Beitragsordnung beschließt, weil ich könnte bei Ordnungen auch sagen, die Ordnung beschließt der Vorstand Ende pengen. Dürfte man machen, wenn es für euch passt, macht das auch so, wenn es für euch nicht passt, macht es zum Beispiel so. Ich kann sagen, wie wird denn eigentlich bei uns gewählt? Zum Beispiel, hier wird mit einfacher Mehrheit gewählt. Ich kann auch sagen, es gibt eine qualifizierte Mehrheit oder es gibt irgendwie ein Konsensverfahren und so. Ihr dürft das festlegen, wenn das euer Verein so sein soll, dann macht das, das ist fein. Aber ihr könnt es hier festlegen. Ah, genau, das haben wir bei manchen chaosnahen Vereinen auch. Normalerweise haben Mitglieder auf der Mitgliederversammlung ja ein Stimmrecht. Jetzt sind nicht immer alle da. Und wenn ich nichts weiter regle, dann sind die halt nicht da und fertig. Ich kann aber zum Beispiel regeln, dass ein Mitglied das Stimmrecht jemandem irgendwie schriftlich oder Textform oder wie auch immer übertragen kann und dann kommen halt zur Mitgliedsversammlung halt nur drei Hanseln, aber stimmen halt für zwölf Leute ab oder so. Das ist nicht verboten, kann man machen. Habe ich öfters gesehen, funktioniert. Wenn man das möchte, kann man das machen. Ermöglicht halt auch Leuten so ein bisschen ihre Willensbildung im Verein, auch wenn sie nicht jetzt an allen Sitzungen teilnehmen können. Ja, Vorstand, das ist einer der wichtigen Punkte, weil das eben regelt, wie viele Personen sind es eigentlich? Hier haben wir jetzt mal reingeschrieben, drei Vorsitzende. Man kann zum Beispiel auch sagen, es gibt einen ersten Vorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden und einen dritten und die sind in der Hierarchie. Kann man irgendwie machen, wenn man will. Habe ich noch nicht erlebt, dass es nötig wäre oder sinnvoll wäre. Kann man aber. Man legt auch gleichzeitig mit fest, darf nur einer dann das alleine, darf eine Person allein mit der Kasse wegrennen, wenn ich Leuten nicht so ganz vertrauen kann, ist so eine Regelung ungünstig. Gleichzeitig, wenn ich mit Leuten kein Vertrauen habe, ist die Frage, ob man die im Verein, im Vorstand einsetzen möchte, ist ein anderes Thema. Ja, wir haben hier die Regelung für den Darmstadt Social getroffen. Es gibt zwei Personen im Vorstand, im Moment sind das der Watson und ich und theoretisch sind wir alleinig zeichnungsberechtigt, wir sind alleinig vertretungsberechtigt, wir dürften tatsächlich allein mit der Kasse wegrennen. Oder wir können jetzt alleinig, zum Beispiel kann Watson sagen, Mist, wir brauchen jetzt einen anderen Server bei Hetzner, ich mache einen anderen Vertrag und solche Sachen. Das kann er einfach machen. Dafür ist es auch gedacht. Ja, was ist die Amtszeit davon? Zum Beispiel in dem Fall hier zwei Jahre. Ich kann auch sagen, wir sind gewählt bis auf, bis zur nächsten Wahl. Und dann muss ich, nagelt mich nicht ganz drauf fest, aber ich glaube, dann muss ich wirklich einfach erst dann wählen, wenn sich jemand, wenn jemand das als Tagesordnungspunkt für eine Mitgliederversammlung verlangt oder wenn jemand ausscheiden möchte. Zwei Jahre, glaube ich, ist eine ganz gute Zeit, da muss man das nicht jedes einzelne Jahr mitmachen. Man kann es auch jedes Jahr machen. Ihr könnt auch da reinschreiben, alle drei Monate wird neu gewürfelt. Könnte auch funktionieren. Habe ich noch nicht erlebt, aber könnte auch gehen. Wir haben die Besonderheit, dass wir Administrierende und Moderierende reingeschrieben haben. Und das habe ich deswegen so gemacht, weil ich gerne wollte, dass für die Leute, die Mitglied sind als Vereinsmitglied, aber auch für Leute, die auf diesem Community-Server mit drauf sind, dass für die offensichtlich ist, wie werden denn Menschen in diese relativ wichtigen Rollen erhoben? Also was sind das für Menschen, die ganz viel Einblick in diese Systeme haben? Und deswegen haben wir hier festgelegt, für uns, der Vorstand setzt diese Personen ein. Also es kann nicht einfach jetzt jemand komplett dahergelaufen einfach sagen, ich bin jetzt Moderator oder so, sondern der Vorstand hat so ein bisschen so die Aufgabe, da so, ich sag mal, Qualitätskontrolle zu machen. Vielleicht auch so Sachen wie, haben wir nicht formal bisher, aber werden wir wahrscheinlich so machen, sobald das aufkommt, dass man zum Beispiel überlegt, wie können wir denn Leute auf so, ich sag mal, so ein grundsätzliches Datenschutzniveau einschwören. Wie kann man dafür sorgen, dass Menschen jetzt nicht irgendwie mal gucken, was die so privat schreiben oder so, sondern dass man Leuten schon abverlangt, dass sie sich auf so Mindeststandards eben auch verpflichtet fühlen. Das könnte man zum Beispiel als Vorstand eben erwirken, das werden wir auch machen. Ja, wir geben uns quasi auch gleich als Regel, wir wollen eigentlich mindestens zwei Personen immer haben, die administrieren können, auch wie der Busfaktor. Also ich möchte nicht, dass irgendwie morgen irgendjemand hier auf der Konferenz, was weiß ich, ja, hier rausgeht und nicht mehr administrationsfähig ist und auf einmal ist der Server stillgelegt oder so. Das ist ja Quatsch, das wollen wir nicht und deswegen haben wir solche Sachen quasi hier in der Satzung noch drinstehen sogar. Das wiederum sind jetzt nicht diese Ordnungen dazu, sondern das ist tatsächlich auf Satzungsrang. Das sind so die Regeln, die man auch nur schwer ändern kann. Da kann ich nicht morgen hingehen und sagen, hi, 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 Administrierende werden jetzt per Los gezogen oder so. Das geht jetzt nicht, sondern das müssten wir als Mitgliederversammlung alle gemeinsam beschließen. Für Moderierende ähnlich. Und dann haben wir noch ein bisschen einen besseren oder ein bisschen umfangreicher beschriebenen Prozess in einer Ordnung ausgelagert. Aus dem Grund auch wieder, weil Ordnungen einfacher zu ändern sind und weil ich nicht wahnsinnig viel Text hier in der Satzung drin haben will. Ich will die Rollen hier verankert haben. Ich will so Sachen sagen wie, okay, wer bestimmt denn darüber? Also will ich jetzt Mitgliederversammlungen einberufen, weil jemand neuer Moderator werden will oder jemand neuer Moderatorin werden will? Nee, will ich nicht. Das macht einfach mal der Vorstand. Dafür ist der da. Und gleichzeitig ja, ich weiß gar nicht, ob wir es hier drin stehen haben. Ah, genau. Die Aufgaben der Moderierenden werden in der Moderationsordnung geregelt und die Aufgaben der Administrierenden werden in der Administrationsordnung geregelt. Das sind wie gesagt auch dann offizielle Dokumente dadurch automatisch und nur etwas einfacher anzupassen bei Bedarf. Hier habe ich Auflösung, Wegfallfeindsvermögen und so weiter. Das ist Standardkram wieder. Ich habe hier ein Beispiel für eine Beitragsordnung. Das ist ätzend kurz und ist auch gar nicht wirklich spannend. Man sagt halt, ja, ich nehme so und so viel Geld dafür. Ich kann es auf die Art bezahlen. Das muss gar nicht irgendwie großartig umfangreich sein. Und hier habe ich so ein Beispiel für so eine Administrationsordnung, wo wir beschreiben, was die Rolle eigentlich macht. Was muss jemand als Voraussetzung eigentlich mitbringen dafür? Was sind denn so Rechte und Pflichten davon? Und auch da wieder, das ist ein Ansatzpunkt. Ihr könnt sowas für euch übernehmen, wenn es für euch zu eurem Vorhaben passt. Wenn ihr keine Moderierenden braucht für das, was ihr vorhabt, dann lasst ihr den Scheiß einfach raus. Das ist klar. Das ist jetzt nicht irgendwie, so muss man das machen, sondern das ist schon sehr speziell auf das Fedi-Verse gemünzt auch. Noch eine Moderationsordnung hier auch. Und da kann man natürlich auch zum Beispiel so seinen Wertekanon mit einpflegen. Also ich kann zum Beispiel sagen, vielleicht will ich ein Vier-Augen-Prinzip für Moderation haben oder so. Oder vielleicht will ich sagen, es gibt bestimmte Themen, die werden bei uns so und so gehandhabt. Das kann, je nachdem, auf was ihr euch auslegt, kann das sinnvoll sein, könnte ich hier reinpacken. Ja, und das ist im Prinzip so ein Vorschlag für eine Satzung, wie ich ihn euch mal angeboten hätte. Gehen wir hierhin zurück. Und ganz, ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum, den ich euch wirklich empfehlen würde, auch zu nutzen. Und an der Stelle auch sprecht mit Leuten, die das schon machen, sprecht mit Leuten, die schon mal Vereine gegründet haben, wenn ihr es noch gar nicht gemacht habt. Das kann viel helfen. Und auch mit so Sachen wie, ah ja, wir haben das und das geregelt oder wir haben das nicht geregelt, war super ätzend. Solche Sachen vorher rauszufinden, kann hilfreich sein. Und ansonsten einfach mal machen, weil ihr müsst jetzt auch diese Satzung natürlich nicht grundsätzlich umkrempeln. Ihr müsst halt einmal lesen, verstehen und anpassen, was euch vielleicht nicht zu eurem Vorhaben passt. Fallstrick zu Textformen und Schriftformen habe ich schon gesagt. Und es gibt einen Bonustipp, nämlich bitte, bitte, lasst das mal vorab prüfen. Wenn ihr bei einem Amtsgericht schon irgendwie mal vorstellig wart und ihr habt gesagt, hey, ich habe hier eine Satzung vorbereitet, die würden wir gerne in drei Wochen beschließen, guckt doch mal bitte. Also das dauert auch eine Weile, bis die euch Rückmeldung geben, aber zumindest die geben euch Rückmeldung. Und es kann praktisch sein, weil wir haben das zum Beispiel gemacht für den Darmstadt Social e.V. Und die wird natürlich unverbindlich geprüft, ganz wichtig. Also die sagen euch nicht gleich, ja geil macht, sondern die sagen halt, ja, ja, so in der Form, naja. Und zum Beispiel war hier nicht komplett klar in meinem ersten Entwurf, wie das mit dem Mitglied werden genau ist und wie die beantragt werden kann und so weiter. Also die Formulierung war im Prinzip irgendwie hat ein Wort gefehlt oder keine Ahnung was. War natürlich völlig unverständlich, haben wir natürlich geändert, ist jetzt in Ordnung. Und es war ziemlich interessant, weil ich hatte damals auch schon die Idee, ja Beitragsordnung und Moderationsordnung und alles getrennt zu halten, getrennt von der Satzung, weil es einfacher zu ändern. Und die haben dann gesagt, ja, aber die Seitennummern, die Seitennummern gehen durch, dann ist es Teil der Ordnung, Entschuldigung, Teil der Satzung. Okay, haben wir auch geändert. Also es ist jetzt nicht mehr Teil davon, es lag anscheinend für das Amtsgericht nur eben an der Art, wie das Dokument nachher nummeriert war. Also solche Fallstricke muss man nicht erst erleben, wenn man schon die teure Signatur irgendwo drunter hat, sondern kann man auch einfach vorabprüfen lassen. Ich weiß nicht, ob alle Finanzämter so cool sind jetzt wie das Darmstädter. Das Darmstädter, hey, es ist wirklich angenehm gewesen, weil die solche Hinweise geben. Das scheint verschieden zu sein. Also Vorabprüfung eine unbedingt gute Idee. Mit Blick auf die Uhr lasst uns sehr, sehr kurz was zur Gründungsversammlung sagen. Das ist nämlich das Nächste. Ihr habt jetzt einen Satzungsentwurf, den das Amtsgericht vielleicht sogar schon gar nicht so schlecht findet. Der grobe Ablauf ist im Endeffekt, ihr ladet dazu ein, ihr macht das, ihr dokumentiert das in Form eines Protokolls. Und eigentlich nur alle unterschreiben diese Satzungen, sind damit automatisch Mitglieder. Bitte lasst die Leute trotzdem sowas wie ein Mitgliedsformular unterschreiben, weil sonst habt ihr keine Adresse, E-Mail-Adresse, sonst was, um Leute einzuladen. Also die Unterschrift alleine ist nicht hilfreich, aber notwendig. Ihr wählt einen Vorstand und dann könnt ihr weitere Dinge beschließen, besprechen, Vorhaben oder so, wenn ihr Bock habt oder ist es einfach auch schon vorbei. Also an der Stelle ist dann schon, wenn ihr alle das unterschrieben habt und ihr habt einen Vorstand gewählt, habt ihr einen Verein. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt einen Verein. Sehr gut. Dann schickt ihr Leute, die dabei waren, mit diesen tollen Dokumenten, die ihr gerade generiert habt, zu einer Eintragung. Ihr habt also gerade schon rausgefunden gehabt, wie euer Amtsgericht ist. Und da gibt es dann so einen Vortrag für die Ersteintragung eines Vereins. Das füllt ihr aus, das steht alles drauf, was da drauf sein muss. Füllt ihr aus, nicht unterschreiben, langsam, sondern ihr nehmt dieses ausgefüllte, nicht unterschriebene Dokument, packt eure Protokoll dran, packt eure unterschriebene Satzung dran, geht damit zu einem Notar, wenn ihr irgendwo in Deutschland wohnt oder zu einem Ortsgericht, wenn ihr in Hessen wohnt. Sehr geile Sache. Weil Ortsgericht ist meistens schneller verfügbar und meistens billiger, also immer billiger. Und in Rheinland-Pfalz gibt es noch Städte und Gemeinden, das weiß ich jetzt nicht genau, es gibt vielleicht noch weitere Sonderregelungen, aber im schlimmsten Fall seid ihr beim Notar und unterschreibt dort dann die beglaubigte Unterschrift auf diesen Antrag für die Eintragung und schickt das dann an das Amtsgericht und dann several weeks later, dann kriegt ihr irgendwann so ein tolles Schreiben hier, da steht dann beim Amtsgericht, bla, ist unter dem Vereinsregisterblatt und dann ist eure Vereinsregisternummer hier, fantastisch, braucht ihr vielleicht irgendwo. Und dann ist die Eintragung hier drin und wir haben jetzt aus irgendeinem Grund hier einen Punkt dran, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber es ist halt so, das ist jetzt der Vereinsname, herzlichen Glückwunsch. Und ja, das ist dann das Dokument, was ihr habt, das hat natürlich einen schönen Briefkopf, den habe ich jetzt mal weggelassen hier und dann habt ihr einen Verein gegründet und sogar eingetragen, ihr habt eine juristische Person begründet. Herzlichen Glückwunsch, ihr könnt da jetzt Verträge abschließen und könnt, also ihr konntet vorher schon Menschen aufnehmen dazu, aber jetzt könnt ihr auch Verträge abschließen und solche Dinge, das ist schon ziemlich cool. Die Kosten sind übersichtlich, ich habe vorhin gesagt, wir könnten jetzt, wenn wir hier die paar Leute, die hier sitzen, zusammennehmen, sicherlich genug Geld einfach in den Taschen haben, um das zu machen. Ihr braucht für die Unterschriften so sechs Euro beim Ortsgericht oder so 100 Euro. Wenn ihr bei einem Notar vorstellig wird, habe ich zum Glück noch nicht machen müssen, weiß nicht genau, wie teuer es ist. Die Eintragung beim Amtsgericht kostet ein Hunderter, außer ihr seid gemeinnützig, dann kann die umsonst sein und für gemeinnützige Vereine, also kann das eben entfallen. Und an der Stelle würde ich jetzt abkürzen ein bisschen und würde eine Sache überspringen. Ihr braucht nämlich eigentlich noch diese Folie, finde ich, und zwar ihr werdet auch bei den Amtsgerichten normalerweise, glaube ich, automatisch dann ins Transparenzregister eingetragen, das ist inzwischen verpflichtend. Besorgt euch davon einfach direkt einen Auszug, den braucht ihr, weil ihr braucht wahrscheinlich ein Konto, das halte ich für sinnvoll, um einfach Finanzen sauber zu trennen. Ihr macht euch einfach einen Elster-Zugang, wenn ihr nicht eh schon einen habt, damit ihr Körperschaftssteuererklärungen machen könnt. Und wenn ihr Beiträge per Lastschrift einziehen wollt, holt ihr euch von der Bundesbank eine gläubige Identifikationsnummer. Und das ist eigentlich so dann, ich sag mal, einmal der Crashkurs so Verwaltungsfuhr. Also viel mehr als das habe ich jetzt eigentlich in Vereinen nicht gebraucht. Ihr habt natürlich so Sachen wie vielleicht habt ihr Mitgliederliste irgendwie in eurer eigenen Nextcloud liegen oder irgendwie sowas. Ihr braucht in kleinen Vereinen jetzt nicht irgendwie Sparkassevereine, Software oder irgendwie sowas, sondern in kleinen Vereinen würde ich das mit Tools machen, die ich gut weitergeben kann. Also ein Spreadsheet in LibreOffice oder so halte ich für ein gutes Werkzeug für den Anfang von einem nicht riesengroßen Verein. Mach da ja keine riesen Dinger auf. Ja, und damit seid ihr im Prinzip arbeitsfähig. Genau, und dann frage ich einfach mal noch in die Runde, wer hat jetzt sofort spontan vor einen Verein zu gründen von euch. Wen habe ich abgeschreckt? Okay, dann an der Stelle vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin auch jetzt noch draußen, wo das Merchandising ist und wo die Chaos Post ist noch ein bisschen. Ich habe so eine wunderschöne, auffällige rote Jacke an und ihr könnt mich gerne ansprechen. Ihr könnt euch das fediverse.jetzt mal anschauen. Auf der Webseite habe ich das alles auch noch mal in Textform und ich arbeite da ein bisschen dran weiter. Da geht es auch noch mehr um, ich sage mal, Fragen zu Moderationen, Dinge, die ich dafür vielleicht beachten muss. Ich will langfristig auch andere Geschäftsformen sozusagen damit aufnehmen. Schauen wir mal. Aber das Ziel davon ist, euch solche Projekte zu ermöglichen und euch so ein bisschen Beratung dazu zu geben, wenn ihr das haben wollt. Dann vielen lieben Dank. Applaus